jo leute public transport simulator hier heute also bus simulator denke ich mal kommt erst morgen oder übermorgen raus aber das ist das muss denn sein morgen oder übermorgen schaut doch mal dann auf meinen kanal vorbei morgen oder immer morgen wirklich wenn nicht dann deabonnieren und dann unten aber wirklich dann frage ich mich aber dann muss ich es ja auch mal kapieren wir fangen natürlich mit dem tag an bisschen lauter muss schon sein so sieht das ding außen aus klein aber fein nimmt man da sowas ja also ich habe eine unglaubliche story euch zu erzählen nämlich ich wollte noch ein let's play von bus simulator 15 machen und auf einmal komme ich in mein zimmer und ich so wo ist mein tablet wir haben ganzen tag gesucht so heute abend komme ich kommt meine schwester so ja das tablet lag hier so da haben wir aber schon hundertmal runtergeguckt und das ist am tisch meine mutter so kommen sehr ehrlich wo ist es her und sie hat es geklaut also gestohlen in ihrem zimmer das hat mir jetzt auch in der lautstärke gemerkt ich hatte die anders das akku ist anders und ist alles alles anders ne ne hatte ich mal wollt ihr dass ich bestfiends nochmal spiele ja gerne das müsst ihr mir noch in die kommentare schreiben ich denke mal wir machen noch ein 3 und dann ist erst mal schluss kommt drauf an wie lange wir für dieses video brauchen also ich schreibe auch nicht mehr in klammern android ihr wisst ihr jetzt bescheid und ja nicht mal nicht mal eine gefährliche situation wir sind immer umgekippt also ich habe vorhin eure truck simulator 2 bei alphastein gespielt ich nenne jetzt den ich nenne jetzt die youtube namen also alphastein gibt es wirklich und ja bei dem war ich vorhin und ja da habe ich auch truck simulator 2 gespielt ob ich davon auch mal ein let's play machen werde das würde dann auf justin 313 kanal erfolgen manche glauben es kaum dass ich der justin 313 bin aber ja jetzt natürlich immer noch justin trennt 332 aber naja ja sonst wäre sowieso ja von ihm zwei ja ich habe nur noch gedacht von ihm da geradeaus ich habe gedacht wir müssen jetzt abbiegen weil ich kenne die strecken auch alle nicht mehr auswendig ja das war mir hammermäßig zurück warte zu weit drüber da unten steht ja auch gekordet bei mobitzen also ist nicht gerade das beste auf einem programm ich werde man noch machen besseres gucken aber ein bisschen ist halt kostenlos und ich kann kostenlose nehmen weil ich habe meine google play card einfach ja was denn nicht gekauft ich habe mir ein ferngesteuertes auto gekauft in est martin den werde ich euch auch mal in einem video zeigen wo ich auch draußen bin aber das wird glaube ich nur diese oder nächste woche erscheinen hoffentlich mal wenn ich daran denke also ich mache mir jetzt auch notizen truck simulation 16 aber das muss ich sofort mal gleich unter die lupe nehmen ich hoffe die anzeige ist nicht weg und nummer drei ich denke mal vier ist ein bisschen zu lang ja sie machen muss dabei sind ja schon bei fünf minuten das seht ihr glaube ich schlecht aber ich sehe das hier ja fünf minuten reichen ich weiß jetzt nicht wie lange wir dafür die linie brauchen aber viel mehr übertrieben sage ich euch so wie es ist kannst du auch mal ja der zieht auch mal mit also ich komme eigentlich leicht rum also ich kann wie so ein auto das steuern weil der fährt eigentlich nicht gerade ähm er ist endlich klein ne ich muss mir mal ein bisschen spüren also einheiten der kmh halte ich einen auch nicht ne 50 sind glaube ich in jeder stadt in deutschland wenn es bei euch anders ist dann schreibt es doch einfach in die kommentare also wie gesagt alles ab in die kommentare was ich anspreche ihr nicht in ordnung findet was bei euch anders ist ab in die kommentare ob ich spiele vorschläge ob alles da bin ich immer gern für offen echt ich glaube das ist jetzt das ziel ja einer steigt ente heißt ein und ein die pöt heißt aus ja eingestehen einer aus super dann sind wir doch noch bei sieben minuten angekommen also ist doch gar nicht gute leistung ja leider haben wir noch kein anderes fahrzeug jetzt freigeschaltet was ist denn jetzt die nächste farbe ich glaube der nächste ist der taxi ja dann sehen wir uns im nächsten teil auf ihr seid dann auch wieder dabei wenn es dann wieder heißt public transport simulator und bis dann ciao ja ja ja